Oder wie wir letztens festgestellt haben, Feed the Beast, ähm, Infinity Evolved. Genau, im Hard-Mode, muss man ja sagen. Nicht im normalen Modus. Na, was haben wir? Wir haben zwei Stunden gespielt und haben ein Tinkers-Construct-Furnace gebaut und ein Coke-Oven und da hatten wir keinen Bock mehr. Ja, meine Maschine wird immer leerer, wir brauchen mehr Strom. Ey, guck mal, die Ender... Scheiße. Die Ender-Lily-Seeds 43%, die haben jetzt eine Knospe bekommen. Geh ja mal durch. Ah, ja, jetzt tut's schon weh. Das wusstest du, wa? Du wusstest das, du Sack. Nix hier von wegen für die Wissenschaft, du hast es genau gewusst. So, haben wir denn jetzt hier inzwischen ein bisschen LED bekommen? Osmium, Tin, Copper, Iron, kein LED. Was ist denn das für ein Kack? Okay, die Maschinen haben sich wohl wieder eingependelt, wa? Ja, aber ist wieder immer noch auf Null. Das heißt, wir sind auf Null, also... Das ist nicht gut. Aber ich bin gleich fertig mit dem Metallurgic Infuser. Metallurgic, Entschuldigung. Metallurgic? Ja, weil den O ist ja eigentlich nicht drin. Wie allergic. Wie allergisch, praktisch. So, jetzt macht er immer noch Null. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Der macht immer noch Null. So, einer Panel 2, das kann ich doch wohl machen, oder? So, und ich bräuchte nochmal ein Crushed Diamond. Ich crush jetzt eins. Ja, ich hab die jetzt irgendwo reingetan. Weiß ich nicht, wo die sind. Echt? Du hattest noch mehr? Ja, ich hab 11 mitgebracht von meinem kleinen Exkurs eben. Achso, Diamanten. Ich dachte, du hattest schon gecrushte fertig. Nein, das nicht, aber Diamanten. Äh... Ey, wollt ihr mich denn ankacken, oder was? Ja, wenn ihr Pesti ankacken wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich muss für eine Quest ein Solar Panel 2 bauen, aber ich hab schon ein Solar Panel 3. Aber das zählt halt nicht für die Quest. Ich hab schon ein viel besseres gebaut. Was war das denn für ein Geräusch? Da ist ein Solar Panel 1. Das ist doch doof. Mann, warum ist mein Inventar immer so verstopft? Ey, das ist doch die Seuche. Nächster Schritt. Ein Compressed oder Refined Obsidian Dust. Das heißt, ich brauch noch einen Diamanten. Was war das für ein Lied? Einer für alle, alle für alle. Ich fand das Musikvideo immer so toll. Dieses Gezeichnete, wo die... Irgendwie immer durch den Rachenfliegen von irgendjemandem oder sowas. Fand ich mal voll geil. Ne, das kenn ich nicht. Aber es waren doch die toten Hosen, oder? Ja, ja. Mach doch mal einer irgendwie das Maul auf und dann fliegt man da durch. Und dann ist dahinter wieder einer. Und man fliegt die ganze Zeit durch diese Rachen durch. Das fand ich irgendwie cool. Ne, der Rachendrachen. Irgendwie so ähnlich war das, glaub ich. So, Iron oder Tin oder Aluminium. Iron. Boop. Glas. Ach, egal. Gravel. Ach, egal. Jetzt hab ich so viel Sand für umsonst gemacht, ey. Nein, ich brauche Glas. Gib mir Sand. Hier. Wo? Top. Genau das brauch ich gerade für die Solar Panel. Brauchst du noch mehr? Ne, ich hätte jetzt auch ein Stack gemacht. Das ist wunderbar. So. Was ist das denn hier? Wer baut dann da ein Jetpack und hat das Rezept nicht rausgenommen? Gibt's ja gar nicht. Da krieg ich ja einen Hals. Du warst das. Ich hab damit nicht angefangen. Ja, natürlich war ich das. Und wir fehlen ja auch nur noch zwei LED und dann ist das fertig. Das gibt's gar nicht. Kann ich gar nicht fassen. Sowas lächerliches. Redstone. Da. So. Gut, ich hab's dann auch gleich. Ihhh, das reicht ja nicht. Das gibt's ja gar nicht. So, das. Mehr. Ah, ne, ich brauche noch dieses Tablet. Tablet? Tablet. Ah, ja. So, was? Vier, drei. Okay. So, Bomber. Wegen die hab ich ne scheiß Ohrwurm. So. Und denn? Dens. Ja. So. Denn? Brauche ich noch ein Gold. Gib mir Gold. Ein Gold. Gold, 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 Juni-Mond. Es ist zu Gold. Ey. Ja. Verpiss dich hier. Ich muss da aber ran. Ja, dann nimm den anderen. Da ist noch ein dritter. Das stimmt doch gar nicht. Hier sind nur zwei. Nein, da vorne am Crucible ist noch ein dritter. Am Crucible? Was? Da, wo das Barrel ist. Warum ist denn hier einer? Dann geh da hin. Was macht denn das für einen Sinn? So, Solar Panel 2. Wir können eine Quest claimen. Bam. Das ist schön für dich. So. Ich glaub, jetzt hab ich alles. Wollt ihr mich denn verarschen? Das ist ne Verarsche hier. Ich hab zwei Solar Panel 3 im Inventar. Aber er registriert nur den Crafting-Prozess. Und nicht, dass man es besitzt. Verstehst du? Ich muss die also nochmal craften. Versteh ich sie. Das ist Bullshit, Mann. Nein. Na gut, das ist aber nicht teuer. Warum? Was denn jetzt? Ach, ich hab einfach nur die Plätze vertauscht. Ah. Tada. Aber so, nein, warum? Ja, ich war grad am Boden zerstört. Sag mal, wir hatten doch mal einen Builder's Wand. Ja, der ist auch irgendwo bei der Crystal Chest. Irgendwo bei denen ist der. Oh, nee, hier ist er. Jupp. Vielleicht haben wir auch mehrere, aber ich hab ihn gefunden. So, weil dann geht es hier ganz schnell, hier einfach wieder mal zuzumachen. Wir können nämlich einen Reward claimen und dann bekommen wir wieder einen Chance Cube. Weißt Bescheid. Weißt du doch, oder? Ja. Weißt du. Weißt du Bescheid. Jetzt weißt du das. Hallo. Ah. Ah. Warum rennst du weg? Der Atomic Disassembler ist eine gute Waffe. Fraß. Meine letzte Golden Carrot. Was wirst du jetzt damit tun? Die Welt umgraben. Jep. Mach mal deinen Chance Cube, wo du schon mal hier bist. Ähm, ja. Muss ich erst claimen. Was war denn das eben? Du hast ja ein Enderschwert. Ja, das hast du mir erst geschenkt. So ziemlich am Anfang, glaube ich. Wo ich die Monsterplattform gebaut habe. Na, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Du hast ja einen Atomic Disassembler. Das ist eine gute Waffe. Und da hat ja Vayne Miner drin. Also brauchst du nicht mehr machen, wenn du willst. Ha. Diesmal baue ich den Schneemann nicht. Sollen wir ihn in Nether bauen und ihn extra quälen? Nee, der ist ja instant tot. Ja, na hier auch. Der quält sich ja noch nicht mal. Ja, und mich kackst du an dafür. Nein, er lebt. Guck mal. Ja, hallo. Ja, hallo. Kannst du ihn runterschubsen? Das wäre toll. Ja, sicher kann ich das. Aber warum sollte ich das tun? Wenn er rumläuft, gibt er uns Schnee. Und ich habe eine Schaufel. Wer weiß, wofür man mal Schnee braucht? Was weiß er, Gold? Ich habe drei Nightshades bekommen. Was? Nightshades? Ich weiß nicht, was die machen. Eine Shade ist eine Sonnenbrille eigentlich. Passive Generating Flower. Ach so. Eine Blume, ja. Ich würde sagen, Shades sind eigentlich Sonnenbrillen. Nightshade will ich nicht. Scheiß Brille. Äh, scheiß Blume. Was, Fifty Shades of Grey willst du? Nein, will ich nicht. Ähm. Okay. Du wolltest jetzt abbauen gehen irgendwie? Nee, eigentlich nicht. Aber kann ich machen. Ach so. Nein, musst du nicht. Du könntest natürlich... Jetzt bin ich weg. Geh mal... Ja, ja. Geh mal den Weg runter, den ich gebaut habe. Und nicht die Abzweigung, die du genommen hast. Dann landest du irgendwann bei Öl. Und von da geht es noch weiter runter. Und dann landest du in einem Riesenraum, wo Cobblestone fehlt. Wo nur noch Ores an den Wänden sind. Okay, ich geh gerade runter. Ja. Und bei dem Öl macht es, glaube ich, einen Knick um 180 Grad. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, im Öl schwimmen möchte ich noch schon nicht. Nee, musst du nicht. Aber vielleicht können wir das auch rüber transportieren. Das wäre vielleicht... Das Öl. Ja, wenn man... Ach, Mist. Da brauche ich ja auch LED für. Ich brauche unbedingt LED. Für alles. Für alles, was ich machen will, brauche ich jetzt LED. Ja, und was soll ich da abbauen? Alles. Ich kann Oricalkum auch nicht abbauen. Nee. Bau einfach alles ab. Und ich komme vorbei. Ich brauche unbedingt LED. Achso, ich sollte noch weiter runter, ne? Nein. Achso. Da, wo der Gravel ist. Äh. Du wirst schon sehen, wenn du da bist. In einem Riesenraum. Ach doch. Hä? Das ist komisch. Ich habe den Atomic Disassembler ausgerüstet. Der zeigt mir alles rot an. Aber ich kann es trotzdem abbauen. Ja, der Atomic Disassembler hat kein übliches Mining Level. Der hat sein eigenes. Also der ist irgendwie nicht registriert in diesem Mining Level System. Ja, aber er funktioniert. Das ist doch gut. Ja, ja. Mit dem geht, glaube ich, alles. Aber ich hätte mein Inventar vielleicht leer machen. Soll ich Idiot. Ja, das denke ich auch gerade. Ich wollte hinterher kommen, aber das ist vielleicht keine gute Idee. Scheiße. Ich muss nochmal wieder zurückkommen. Jetzt schon voll? Ja. Ich meine, Inventar ist dauervoll gerade. Wegen den Scheiß und Zutaten. Und ich packe die nie weg. Und dann ist das Schlamassel vorprogrammiert, nicht? Ja. Alter, ich will doch nur ein bisschen LED. Warum kriegen wir denn kein LED? Können wir nicht einen Fahrstuhl reinbauen? Wo rein? Ja, in die Höhle. In die große und oben an der Oberwell. Naja, ich glaube, so weit reichen die nicht. Ach, schade. Ich glaube, die haben ein Limit. Aber ich weiß es nicht. Kann man probieren. No, 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 no. Sollte man vielleicht auch probieren. No, no, there's no limit. Sollte man probieren. Jawohl. Da habe ich auch die Schlumpfen-Version gehabt. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht vielmehr, wie die heißt. Ey, Rotzkacke. Ich habe doch hier 60 LED-ingots. Du Rotzkacker. Ja, aber die haben wieder eine leicht andere Farbe. Und deshalb habe ich die nicht gesehen. Du Blaze-Rotz. Nee, sie haben keine andere Farbe. Ich bin einfach nur blind und dumm. Trottel. So, ich habe jetzt ein Letstone-Jetpack. Das heißt, wir können eine Quest claimen. Weil ich ein Jetpack habe. Mhm. Bäm. Würde mal sagen... Da kann ich schon wieder was claimen. Doch. Kannst du es jetzt tun? Ha! Ich habe ein... 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 Die hatten wir doch schon mal. Ja, ja, aber jetzt wieder. Nein! Was ist jetzt? Ich habe Spectre-Blöcke. Oh, das sind die, aus denen unsere privaten Dimensionen gebaut sind. Die sind, glaube ich, unzerstörbar. Wahrscheinlich nicht, wenn man sie selber platziert, aber... Dreck ist ja nicht schon alles zu hier. Ähm... Werden wir denn? Willst du hier mal kurz vorbeigucken? Hier bei der Chance Cube-Plattform? Ja, und jetzt? Die ändern alle die Farbe. Und ich habe hier einen Disco-Floor und da schwebt ein Chance Eikosahedron. Und die heißen alle Jab. Ja, viel Spaß. Ich brauche immer noch mehr Platz weiter. Walter? Alter. Du hast Walter gesagt. Nein, Abschied. Was ist das? Ach, Enderflux-Crystals. Braucht ich nicht. Ach, scheiße. Ich muss ja auch noch den Chance Cube öffnen. So, sie haben jetzt überall Schafe, ne? Damit müssen wir leben. Bis zum nächsten Mal.